Was geht ab Hörspielfreunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es hier die erste Hörspielkritik wie versprochen und ja ich bin jetzt echt mal gespannt wie das bei euch ankommt und ja es geht hier heute um die erste Folge von Geisterjäger John Sinclair mit dem schönen Titel im Nachtclub der Vampire ja nicht wundern das ist so eine Papphülle weil das war so eine 10 Jahre Aktion damals im Mediamarkt und da gab es die dann für 1 Euro glaube ich sogar die CD und ja die Pappe hat sich schon so ein bisschen verflüchtigt irgendwie weil das ist ganz billige Pappe auf jeden Fall nur aber auf jeden Fall richtig cooler Preis und ich denke damit hat die Serie auch viele Einsteiger damals gewonnen und ja ich würde sagen wir legen direkt mal los mit der Review bevor es losgeht noch ganz kurz das ist die 2000er John Sinclair Serie es gibt noch eine aus den 80ern und es gibt noch eine Classic Serie die erzählt die Geschichte vor der Geisterjäger John Sinclair Serie und das sind eben die Sinclair Classics und ja dann gibt es auch noch Sondereditionen und Sonderfolgen aber ja dazu dann irgendwann mal mehr ich würde sagen wir legen direkt los mit der Review um was geht es hier ja es geht hier um eine ja Disco um einen Nachtclub in Soho in London und ja da gehen eben seltsame Dinge vor und zwar gibt es in diesem Nachtclub Vampire und als dann eine Studentin aus Deutschland ja etwas entdeckt in diesem Nachtclub durch Zufall tritt sie damit die Hölle los und ruft John Sinclair auf den Plan so viel mal zur Story ihr könnt euch das hier auch gerne nochmal durchlesen wenn man da überhaupt noch alles lesen kann also wie gesagt die Pappe ich kann da nichts dafür die hat sich wirklich aufgelöst aber die CD ist auch locker schon 10 Jahre alt glaube ich weil also die Karte ist schon älter aber diese Veröffentlichung hier ist schon locker 10 Jahre alt weil das ist echt schon länger her ja ich glaube das war sogar 2010 aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher auf jeden Fall sieht das so aus ja cool auf jeden Fall ich glaube jetzt die VÖ kam 2010 raus ich weiß gar nicht mehr wie lange ich die CD jetzt in der Sammlung habe bin mir echt nicht mehr sicher ein paar Jahre auf jeden Fall schon und ja das Hörspiel gibt es bestimmt schon seit 20 Jahren denke ich aber ja ich würde sagen ich hole mal die CD raus die können wir uns ja auch noch anschauen aber ich komme jetzt hier direkt mal zur Kritik ja absolut geiles Hörspiel es ist der erste Teil der John Sinclair neuen Saga also der 2000er Serie und wer die alte Serie mag mag die hier eigentlich auch ja nachdem er dann eben von der Studentin die eben das Ganze entdeckt hat dann erzählt bekommt was passiert macht er sich natürlich auf um die Vampire zu vernichten und ja ich muss ja wirklich sagen die Atmosphäre hat mir richtig gut gefallen ein richtig cooles Zusammenspiel aus Action und Horror und ja das ist eben bei John Sinclair immer so und das hat mir richtig gut gefallen ja von Gewaltgrad ist es hier auch ja es gibt jetzt hier keine was heißt Gewaltgrad beim Hörspiel ist das eben immer so wird da jetzt viel beschrieben oder eben nicht man hört auf jeden Fall einiges und ja es ist jetzt nicht die brutalste Folge da gibt es deutlich hellere Folgen aber es ist schon richtig cool gemacht und hier kommt auf jeden Fall die Spannung nicht zu kurz das Hörspiel ich weiß nicht wie lang es geht müsst ihr jetzt lügen ich denke mal knapp eine Stunde vielleicht ein bisschen länger keine Ahnung auf jeden Fall ist es zu keiner Minute langweilig richtig cooles Hörspiel hat mir echt viel Spaß gemacht dazu zu hören und ja es ist so ein bisschen natürlich auch aber dann war das damals auch der Startschuss für mich sage ich jetzt mal John Sinclair eben zu hören weil es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Hörspiel und kann ich euch durchaus wirklich nur empfehlen und jo also ich würde einfach sagen ihr hört es euch mal an wie gesagt es ist sehr atmosphärisch und wirklich sehr action geladen allgemein die Hörspiele von John Sinclair sind immer sehr action geladen und so auch dieses hat mir extrem gut gefallen wirklich und kann ich euch echt nur empfehlen auch die Atmosphäre und natürlich das Ende ist richtig geil und deshalb würde ich einfach nur sagen ihr hört es euch mal an ich habe es ja in meinem Unboxing Video von John Sinclair Folge 50 in der Tinbox schon erwähnt es gibt eine App die könnt ihr euch gratis aufs Handy laden und dort kann man eben gratis Hörspiele anhören das ist auch völlig legal also die gibt es im App Store und im Play Store und die heißt einfach nur gratis Hörspiele und Hörbücher die könnt ihr euch aufs Handy laden und dann könnt ihr eben entweder euch anmelden dann kostet es keine Ahnung wie viel oder ihr nutzt die App gratis und dann müsst ihr nur alle 10 Minuten Werbung schauen ja in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal ladet euch die App gerne runter und ja dann bis zum nächsten Mal macht's gut euer Movie Pyro 911 lasst mir wie immer ein Like und ein Abo da und schreibt mir mal in die Kommentare wie ihr meine Hörspiel Reviews findet ob ihr das öfter wollt oder nicht und dann bis zum nächsten Mal haut rein und ciao 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 Bis zum nächsten Mal.